Insgesamt gibt es das Icarus Kids schon über 30 Jahre, aber seit 2006 gehört er mir. Kleine Kinder können meinen Namen nicht aussprechen, die sagen dann immer, wir gehen zu der Frau Icarus und das ist immer so lustig oder wenn ich wo beim Einkaufen bin und sie sehen mich, dann heißt es gleich immer, ah da ist die Frau Icarus und so. Weil ich selbstständig bin, arbeite ich wahnsinnig viel und man hat jetzt keinen Acht-Stunden-Tag, also zehn Stunden ist bei uns eigentlich jeder Tag, sage ich mal, oder wenn Messe ist, bist du auch immer unterwegs, auch abends viel unterwegs und natürlich macht das dann am Körper schon ab und so ein bisschen zu schaffen. Ich muss sagen, ich bin schon seit langem zu La Vita gekommen und das hat mich eigentlich total angesprochen und dann denke ich mir, okay, das probierst du einfach mal aus. Und ich habe es ausprobiert und ich muss sagen, ich nehme seitdem jeden Tag mein La Vita und mir geht es gut, ich bin fit, ich kann Bäume ausreißen, meine Kinder sagen oft, Mama, von dir kriegen wir oft Angst, aber ich bin jetzt einfach so und ich stehe total dahinter. Ich bin die Hilde Trappentreu, bin 60 Jahre und bin die Inhaberin von Icarus Kids in Landshut. Ich bin die Inhaberin von Icarus Kids in Landshut. Ich bin die Inhaberin von Icarus Kids in Landshut. Ich bin die Inhaberin von Icarus Kids in Landshut. Ich bin die Inhaberin von Icarus Kids in Landshut. Ich bin die Inhaberin von Icarus Kids in Landshut. Ich bin die Inhaberin von Icarus Kids in Landshut.